Hey Natural Biohacker, was geht bei dir? Mein Name ist Robin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier auf dem Natural Biohacking Podcast und heute habe ich wieder einen Unternehmer, einen Biohacker, einen Vater, einen Peak Performer zu Gast und zwar den lieben Rolf Duda a.k.a. Peak Wolf. Vielleicht kennt ihr ihn schon, auf Instagram ist er sehr, sehr aktiv. Ein richtiger Naturbursche, der Biohacking wirklich bis ins Detail verstanden hat, der sich sehr viel mit dem Thema Atemarbeit auch auseinandergesetzt hat, Wim Hof Instructor Ausbildung, auch mit dem Kältetraining-Ansatz ist er sehr, sehr bewandert und bietet da auch Workshops an in der Schweiz und manchmal auch auf Reisen und es ist ein sehr, sehr spannender Podcast geworden, wo sich einfach wieder mal zwei Biohacker, wirklich zwei Natural Biohacker austauschen und du weißt, was dann passiert, dann kommen natürlich sehr viele Dinge zusammen auch, sehr viele Hacks, die du direkt umsetzen kannst und vor allem auch diesmal für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter, um einfach auch stressfrei zu sein, das Ganze noch mehr zu genießen und in eine Art Flow-Zustand zu kommen, wo einfach alles ein bisschen müheloser ist, nicht ganz mühelos, aber du einfach besser damit umgehen kannst und da gibt uns Peak Wolf die richtigen Hacks mit an den Start. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Interview-Folge mit Rolf Duda aka Peak Wolf. So, da ist er, der Peak Wolf live aus der Schweiz. Du bist doch gerade in der Schweiz. Herzlich willkommen auf dem Natural Biohacking Podcast, mein Lieber. Ciao Robin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich gerade total und bin gespannt, was wir alles machen werden. Ja, wir sind ja auch schon seit längerem in Kontakt. Ich glaube, das erste Mal über LinkedIn damals noch, wo wir einfach so ein bisschen miteinander geschrieben haben und dann gemerkt haben, wir sind eigentlich in sehr ähnlichen Bereichen auch unterwegs, aber für die Zuhörer, denen Rolf Duda jetzt noch nicht kennen, sag mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, super gerne. Mein Name ist Rolf Duda und in meinem normalen früheren Leben war ich einfach Unternehmensberater. Bin da eben selbstständig mit meiner eigenen Firma unterwegs gewesen. Hab später auch noch ein Software-Startup dazu gegründet und bin parallel immer mehr in Kontakt mit der ganzen Gesundheitsgeschichte gekommen, weil ich einfach gesehen habe, dass gerade um mich herum, also im Umfeld, fing das mit den Wehwehchen an. Also die ersten hatten irgendwie Rückenleiden und dann kam später mal eine Bandscheibe dazu, eine Meniskus-Operation und das ging dann mehr und mehr nachher auch in psychische Themen. Also dass Leute Burnout hatten aus meiner Peergroup und ich war halt immer sehr erfolgsgetrieben. Also ich habe nichts mit Gesundheit am Hut gehabt, wirklich. Hab für mich selber natürlich mit Ernährung und Sport geachtet, aber mit Yoga oder so hättest du mir nicht kommen müssen. Und das hat sich bei mir dann eben massiv geändert, als ich gesehen habe, was so um mich rum alles passiert und als ich dann eben auch selber in der eigenen Familie ein paar Schicksalsschläge miterlebt habe. Und das hat mich zu einem totalen Umdenken gebracht. Das erste Mal, bei mir war das damals durch die Wim Hof Methode, Zugang zu mir selbst gefunden habe. Und ich habe dann hier im See eben abgefroren, weil ich so motiviert war oder übermotiviert war, dass ich alles falsch gemacht habe. Aber an dem Tag, da habe ich wirklich in mir drin gefunden, hey, du hast ja ein Innenleben, also bist gar nicht so karrieregetrieben oder immer nur nach vorne, immer mehr, größer, schneller, weiter, sondern da ist voll was in dir los. Es gibt ja sogar Werte, die du vertrittst und all sowas. Und genau, dann habe ich das einfach angefangen, für mich mehr und mehr in den Fokus zu rücken, war viel mehr Zeit draußen, habe eben dann auch Familie gegründet, unheimlich mit der Natur connected, unheimlich viele coole Leute kennengelernt und so meinen Weg dann nachher ins ganze Biohacking gefunden. Und als Peak-Hulf bin ich jetzt eben unterwegs und versuche das Wissen, genau wie du, einfach weiterzugeben und die Leute ein bisschen, ja, auf den gesünderen Pfad einzuschwören. Wie kam es jetzt zu dem Namen Peak-Wolf für dich? Aber mir war das so, die, also meine Unternehmensberatung, die heißt Peak-Weiß, also von Gipfel und Advice. Und ich mochte immer dieses, also das Peak, der Gipfel, das mochte ich immer, weil das war mein Leben lang das, wonach ich eigentlich gestrebt habe. Also ich wollte immer auf den irgendwie einen Gipfel, ich war immer mit Bergen und Natur verbunden. Ich wollte einfach diese Übersicht, die man da hat, mal hoch hinaus. Das ist ja auch immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden, die ich immer ja bereit war, auch zu leisten. Und bei Peak-Weiß, da habe ich gesagt, also erreicht den Gipfel, schließt das Gap. Das ist das, wo man auch in unserem Logo dann wiederfindet, weil auf dem Weg gibt es halt immer Rückschläge. Das war so das, was mir gefallen hat. Und da habe ich dann einfach, ja, auch meine anderen Firmen mit Peak benannt. Und Wulff ist halt, da brauchst du ja nur das R auszutauschen gegen das W. Dann hast du Peak-Rolf oder Peak-Wolf. Das fand ich dann ganz cool. Genau. Also wir würden es ja einfach so in der deutschen modernen Welt, wenn man es ja einfach als Spitze bezeichnet, also Spitzenleistung auch. Und du hast vorhin schon mal den Begriff auch genommen, den wir beide ja schon sehr gut kennen. Und das ist Biohacking. Mich würde natürlich auch immer interessieren, da hat jeder so ein bisschen eine andere Definition. Was ist genau für dich Biohacking? Und wie bist du auch damals dazu gekommen, mit diesem Begriff zu arbeiten? Ja, bei mir kam das, dass ich das erste Mal gehört habe über Tim Ferriss eigentlich. Also habe ich einfach im Tim Ferriss-Podcast so ein bisschen gehört und wusste damals gar nichts damit anzufangen. Habe darüber nachher auch die Wim Hof Methode gefunden, die ja auch da einklassiert wird. Aber auch da, muss ich sagen, wusste ich gar nichts mit anzufangen. Und das kam bei mir erst später, dass ich bei der Ausbildung zum Wim Hof Instructor habe ich eben unheimlich viele coole Leute kennengelernt, die auch total motivierend, inspirierend waren und alle so, wie soll ich das sagen, da war so ein Miteinander da. Also es war so richtig geil, man war als Team, man hat die Energien gespürt und jeder hat jeden nur supportet. Und das ist was, muss ich ehrlich sagen, das kenne ich aus meiner professionellen Welt nicht als Unternehmensberater. Also da ist eher kompetitives Umfeld, also da ist Wettbewerb. Du willst halt das dickere Auto haben, du willst mehr Geld verdienen. Und das war so das, wo ich bisher drin war. Und durch die Leute und dieses ganze Miteinander habe ich dann gesehen, okay, die reden alle von Biohacking. Und dann habe ich geguckt, was ist denn das genau? Und was mir immer gefallen hat, war zu sagen, du willst die beste Version von dir selber sein. Das habe ich aber nie so gesehen, dass du mit meinem alten Mindset einfach maximierst und mehr willst und immer weiter, sondern ich wollte einfach mit den Ressourcen, die mir heute zur Verfügung stehen, aufstehen und sagen, ja, ist ein geiles Leben und ich werde heute wieder ein bisschen besser, ich kann wachsen. Und dieser Wachstumsprozess und dabei gesund sein, das ist das, was mir so gefällt. Also das, so verstehe ich das Biohacking. Einfach Kniffe und Tricks lernen, das System verstehen, damit es für dich arbeitet und du auch das Ganze supporten kannst. Genau. Ja, du hast jetzt gerade auch gesagt System. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff auch, wenn wir über Biohacking sprechen. Es ist, habe ich immer oft gesagt, so eine Art systemischer Ansatz auch für das, was wir in unserem Körper erleben und das, was unser Körper leisten kann. Das heißt, wir bringen auch so ein bisschen die Wissenschaft und natürlich aber auch uralte Heilmethoden, wie es ja zum Beispiel jetzt das Kältetraining mit Wim Hof zum Beispiel ist oder gewisse Atemübungen, Meditationspraktys. Das bringen wir ja so ein bisschen in diese moderne Gesellschaft. Wie siehst du das? Hast du da auch ein System für dich entdeckt, wo du sagst, okay, das sind so die drei wichtigsten Säuern oder das funktioniert bei mir auf einer täglichen Basis, auch für mein Unternehmen vielleicht? Also was bei mir auf jeden Fall funktioniert, ist einfach Struktur, muss ich sagen. Das ist eine Säule, wo ich sowohl unternehmerisch als auch vom Biohacking sagen muss, das ist nicht immer alles bequem und unser Kopf, der macht ja auch alles, damit es eher bequem ist und Struktur ist wirklich was, woran ich mich festhalten kann. Also es gibt mir einen Rahmen vor und wenn ich mich mit Struktur und Disziplin, die gehört natürlich auch immer dazu, wenn ich mich da entlanghange, dann sehe ich einfach, dass ich meine Ziele besser erreichen kann. Ob das jetzt Experimente im Biohacking sind, ob das Umsatzziele für die Firma sind oder was auch immer. Also Struktur ist was, was mir wirklich extrem hilft als Säule Nummer eins, würde ich sagen. Ja, Struktur ist natürlich was, also ich habe mich immer lange gewehrt gegen Struktur. Ich weiß nicht, ich bin damals ausgestiegen eigentlich aus diesen Systemen, weil ich gedacht habe, nein, okay, ich möchte frei sein. Ja, es hat aber eine lange Zeit gebraucht, ehe ich gemerkt habe, okay, eigentlich bedeutet Struktur, Freiheit zu haben, weil ich dann nämlich auch wieder mehr Kontrolle in meinem Alltag erlange. Wie definierst du jetzt für dich Struktur und warum ist Struktur ja so eine wichtige Säule für dich? Also bei mir kommt es bei der Struktur darauf an, welche Elemente packst du denn jetzt da zusammen, damit du eine Struktur hast. Und bei mir war das so, ich habe wirklich, also die Unternehmensberatung haben wir aufgebaut. Wir waren dann recht schnell über zehn Leute und das ging einfach vorwärts, wurde immer weiter. Da habe ich gemerkt, naja, hast du immer irgendwas anderes zu tun, als eigentlich geplant ist. Das heißt, du hast Störungen und die hast du ja auch im Leben überall. Und Struktur heißt für mich jetzt mal die Elemente, die ich überhaupt bearbeiten will, überhaupt mal zu definieren, dass ich sage, was will ich haben? Und das heißt für mich jetzt im Biohacking, ist das Zeit für mich. Also wo will ich Zeit für mich haben? Wie will ich mich belohnen? Wie will ich Zeit mit der Familie bringen? Und wenn ich die überhaupt mal sehe, diese ganzen Elemente vor mir, dann kann ich die mit Struktur einfach in meinen Kalender einbauen. Das heißt, ich sehe jetzt auf einmal ganz klar, okay, ich nehme mir Zeit für die Mitarbeiter, habe da einen Block. Ich nehme mir Zeit für meine Familie, habe da einen Block. Aber ich vergesse mich eben auch nicht selber, sondern nehme mir da bewusst einen Block, um auch mal nichts zu machen. Also das ist bei mir ein Block. Ich schreibe mir da rein, heute wird meditiert oder nichts gemacht, eine Stunde. Und diese Freizeiten, die nehme ich mir. Und ich habe mich genau wie du gegen Struktur gewehrt. Aber ich habe gemerkt, dass ich aus meinen 60 oder oft auch mehr Stunde Woche viel mehr rausholen konnte, nachdem ich das bewusst geplant habe. Weil auf einmal habe ich gesehen, hey, ich habe viel zu viel Zeit irgendwo verschwendet, die ich gar nicht gemerkt habe. Und mit Struktur habe ich auf einmal Freizeit gewonnen. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Glaubenssatz auch, den wir alle irgendwo in uns drin haben, sodass wir keine Zeit haben. Und das wäre eben, dass das Leben so kurz ist und die Zeit rennt. Und dabei hat der Seneca schon gesagt, ein sehr berühmter historischer Philosoph, es ist nicht die Zeit, die wir nicht haben, sondern die, die wir nicht nutzen. Und ich glaube, wenn wir uns mit Struktur befassen und wenn wir dann auch die Disziplin und das Commitment, also die Verpflichtung haben, diese Struktur beizubehalten, dann werden wir automatisch Herr unserer Zeit und können Zeit somit viel effektiver nutzen. Gibt es jetzt noch Tools in deinem Leben und deinem Alltag auch, wo du dir bewusst Zeit nimmst, auch um diese Zeit einfach ein bisschen besser zu nutzen, auch um da mehr Räume zu schaffen, vielleicht auch für die Dinge, die dir wichtig sind? Ja, vielleicht zum Thema Zeit. Ich habe das nie verstanden. Also ich habe schon, das war bei mir im Studium, war da so mein Durchbruch. Ich habe das immer maßgeblich genervt, wenn du irgendwie ein cooles kennengelernt hast. Und im Studium, das war alles eine coole Zeit. Und hast gesagt, lass mal was machen. Und dann fingen die an mit, ja, ich habe keine Zeit, ich muss mal gucken in drei Wochen. Und dann hast du ja genau gesehen, wenn dieselbe Person, nennst jetzt ein tolles Mädchen, kennen, hast du auf einmal jeden Abend Zeit. Also Zeit ist einfach das, wofür wir uns Zeit nehmen wollen. Das sind Prioritäten, die man nimmt. Und das ist eigentlich auch mein Tool, also dass ich wirklich sage, ich hänge Prioritäten an was dran, für mich selber. Und ich habe hohe Prioritäten wirklich an Zeit für mich. Nicht aus einer egoistischen Perspektive, sondern dass ich sage, wenn ich mir die Zeit für mich nicht nehme, um mal zu reflektieren, meine Ziele festzulegen, auch herunterzufahren, zu regenerieren, dann hat mein Umfeld da auch nichts von. Also dann leidet jeder nur. Weil ich gar nicht weiß, ich reagiere nur, aber das ist nie mehr mit meinen Zielen auf einem Weg. Und ich verliere mich da irgendwie selber. Darum hat diese Me-Time, also Zeit für mich, bei mir eine unheimlich hohe Priorität. Und die wird auch bewusst immer wieder eingeplant. Die findet man bei mir halt hauptsächlich dann in der Natur. Darum auch so viele Naturbilder. Ja, stimmt. Ja gut, wenn ich ja bei dir auf dem Instagram-Channel schaue, du wirst immer irgendwo in den Bergen, immer in irgendwelchen Bergseen und ja, arbeitest auch viel mit der Hand. Finde ich auch mega, mega cool so. Das ist, glaube ich, sehr wichtig auch, um wieder die Erdung auch zu erfahren, was ja ein wichtiges Thema auch im Biohacking ist. Und wir haben jetzt schon über ein paar Werte eigentlich gesprochen, die du hast. Ja, und ich glaube, das Thema Werder, das vorhin kurz mal angedeutet, ist auch ganz wichtig, wenn wir uns diese Struktur schaffen. Ich glaube, viele Menschen haben überhaupt gar keine klare Vorstellung, was sie denn überhaupt wollen im Leben und was ihnen wichtig ist. Und wenn du dann eben eine Struktur quasi, das ist wie jetzt, ob du ein Haus auf Treibsand aufbaust. Wenn du keine wirkliche Struktur, kein Fundament hast, dann wird es auch schwierig, da diszipliniert zu sein und ein Commitment zu haben. Und dann bist du halt irgendwie die ganze Zeit nur am Kämpfen und hast eben diese Glaubensstrukturen wie, ich habe keine Zeit und es wird mir alles zu viel, Überforderung und Stress. Gab es da in deinem Leben auch solche Phasen, wo du gesagt hast, okay, mir fehlt komplett der Boden irgendwie für die Struktur? Ja, also komplett nicht. Aber es gab auch bei mir natürlich Struggle, also wo ich dann gemerkt habe, die Arbeit läuft und man ist halt in so einem Flow drin. Ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten ja so geht. Du fängst an, machst irgendwann mal eine Ausbildung, im besten Fall eine, die du auch gerne magst. Dann lernst du was, machst du was und zwischendurch kriegst du dann eine Freundin oder eine Frau und dann hast du eine Beziehung, vielleicht kriegst du Kinder. Du siehst deine Kollegen, die die Ausbildung haben, mit denen vergleichst du dich irgendwann. Der eine baut ein Haus, da willst du auch ein Haus. Dann hat der ein neues Auto und denkst du, ist zwar ein bisschen teuer, aber klar, brauchst du auch ein neues Auto. Und irgendwie bist du so drin und hast das Gefühl, die Ziele, die so vor dir hergelebt werden, das sind jetzt deine. Aber wenn man mal sich die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, so war es bei mir zumindest, das waren gar nicht meine Ziele. Und ich bin da irgendwas hinterhergerannt und habe mir da nie wirklich überlegt, ist es denn das, was ich überhaupt will? Also was Rolf, die Seele von mir will? Was habe ich für Werte und was für Ziele? Und das war so mein Struggle, dass ich gesehen habe, hey, ich bin hier gerade erfolgreich in dem, was ich tue und das läuft auch alles gut, aber eigentlich fehlt mir da was, was mir überhaupt nicht bewusst war. Und als ich mir dann die Ziele wirklich mal runtergeschrieben habe, man liest das ja auch immer, schreib das mal auf, weißt du, mach dir mal einen Plan. Also der Plan ist die Struktur, aber du musst erst mal ein Ziel haben, damit du also den Weg definieren kannst, die Struktur. Und ich habe dann immer gedacht, ja klar weiß ich das. Aber erst als ich dann gesagt habe, okay, dann schreibe ich es mal runter, dann saß ich da mit meiner Tastatur und habe gedacht, oh, ja, so genau weiß ich vielleicht doch nicht. Und das war bei mir dann so der Moment, wo ich mir wirklich massiv Zeit genommen habe, darüber nachzudenken. Also das ist auch die Reflexion, die natürlich für dich dann damals wichtig war. Hat die Natur dir zum Beispiel oder eben deine Werte haben dir dann auch geholfen, so diesen Prozess für dich herauszufinden und was vielleicht so deine klare Vision auch ist im Leben? Oder gab es da eine Meditationstechnik, wo du dann gemerkt hast, okay, das bringt mir jetzt so ein bisschen den Zugang auch dazu? Nee, bei mir war das vor allem wirklich die Natur und meine Frau. Also meine Frau, die hat mich da nie zu irgendwas gedrängt, sondern überall einfach supportet. Aber die hat mir einfach auch immer andere Wege aufgezeigt und die ist so, die ist dann voll im Leben und einfach so dankbar und zufrieden und ich kriege überall anders mit. Die Frau braucht eine neue Tasche, die braucht ein neues Auto. Sowas habe ich von meiner Frau nie gehört. Das ging einfach immer so supportiv, mit Liebe, einfach Hand in Hand über. Und als ich mir dann auch noch die Zeit genommen habe, in der Natur zu gucken, wie funktioniert denn überhaupt die Welt um uns rum und sitze dann mal im Berg und gucke zwei Stunden den Steinböcken zu, während mir die Sabber runterläuft, weil ich vergessen habe, was zu trinken. Da habe ich gedacht, krass, also eigentlich läuft ja alles. Das Leben ist Flow. Du musst es nur zulassen. Megaschön. Ich glaube, von der Natur dürfen wir halt sehr, sehr viel lernen, wie das Ganze funktioniert. Egal, ob es jetzt Werte sind, zum Beispiel auch wie Fülle, wie Anpassungsfähigkeit, Flexibilität. Und ich glaube, das machen wir heutzutage eben viel zu wenig. Wirklich mal da rausgehen und mal zwei Stunden eben den Steinböcken zuschauen oder mal zwei Stunden irgendwie auf die Wellen vom Meer schauen, was ja auch schon sehr meditativ auch sein kann. Du wirst du auch sagen, das ist ein Arm. Also ich muss sagen, guckt jetzt Feuer, Leute. Das ist einfach nur geil. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ja, so der Großvater Feuer. Ja, kann man, kann man sehr viel lernen auch. Und ja, wie hast du dann angefangen, so auch die Natur immer mehr einzubauen? Ja, wenn wir jetzt über Natural Biohacking reden, ich sage ja immer, wenn ich Stress habe oder wenn ich mich irgendwie nicht gut fühle oder ja, ich einen komischen Tag habe, komische Laune habe, so ich stelle mir immer die Frage so, wie kann die Natur mir helfen in diesem Moment? Stellst du dir auch solche Fragen? Ja, klar. Und wie baust du das dann natürlich ein? Ja, bei mir war das so, die Erkenntnis erst mal zu kriegen. Also wie kann mir die Natur jetzt wirklich helfen? Und das kam halt dadurch, dass wir auf der Arbeit, ich hatte so viel zu tun teilweise, wenn dann mein Geschäftspartner abends um neun angerufen hat. Also ich hatte keinen Bock mehr, ab sieben Uhr mit irgendjemandem zu reden, weil ich einfach noch die letzten Sachen in Ruhe abarbeiten wollte und dann klarkommen wollte. Und dann irgendwann bist du so voll, da habe ich auch keinen Bock mehr auf Frau und Familie, auch wenn die noch so lieb ist und mich unterstützt, sondern da wollte ich einfach weg. Und das war bei mir halt, wo gehst du hin, ich wohne halt hier im Berg, da kannst du halt geil in die Berge. Und wenn du dann alleine im Berg bist, dann kommst du zur Ruhe, weil dann siehst du, wie langsam die Natur eigentlich ist. Und das ist für mich so das Ding, wo es auch lange gedauert hat, nicht zu sagen, boah, das muss jetzt jedem schicken, obwohl ich nie so der Social-Media-Mann war, aber überhaupt irgendwas teilen, du kommst dir alleine vor, aber du fängst das auch recht schnell an zu genießen. Und das war bei mir die Zeit, wo ich dann gelernt habe, hey, die Natur ist total langsam, die Natur kann dir so viel zeigen. Und dann habe ich mir wirklich die Zeit genommen, den Steinbecken zuzugucken, im See zu schwimmen, auch mal in den Eissee zu springen und zu gucken, was macht mein Körper denn jetzt da? Und das dauert ja auch, bis dir wieder warm ist. Oder wie brennt so ein Feuer ab? Und nicht mehr einfach wie früher, da habe ich die Natur ausgenutzt. Da war das so, ich gehe jetzt mal zwei Stunden in die Natur, aber ich gehe jetzt zwei Stunden snowboarden oder ich gehe zwei Stunden das machen, aber mit so einem harten Plan. Also ich habe was erwartet. Und wenn ich jetzt in die Natur gehe, dann erwarte ich gar nichts. Dann gehe ich einfach da hin und genieße das einfach. Und es passieren so coole Sachen, dass immer was, wo du einfach stehenbleiben kannst und stundenlang irgendeiner Schnecke zugucken könntest oder irgendwas. Das finde ich einen ganz schönen Punkt, dass du sagst, ich habe die Natur quasi ausgenutzt, vielleicht auch aus dem Ego-Aspekt raus. Okay, ich gehe jetzt snowboarden oder ich mache jetzt da eine Aktivität oder so oder ich möchte was erreichen. Aber die wahre Freiheit kommt halt wirklich, wenn du ohne Erwartungen dahin gehst und wirklich dann so dich auch auf die Frequenz der Natur einschwingst. Ja, sage ich immer. Das ist ja dann so schön. Ich weiß noch, ich bin ja auch lange in der Schweiz gewesen, habe auch viel gewandert dort und es ist halt wirklich ein wunderschönes Land auch, um die Natur in ihrer vollen Fülle auch zu genießen. Und wie würdest du jetzt vielleicht auch so einem gestressten Unternehmer, mit dem du ja auch zusammenarbeitest, was würdest du denen jetzt empfehlen? Also ich denke ja meistens so, denen fehlt so die Connection zur Natur. Die sagen dann vielleicht, okay, am Morgen gehe ich irgendwie eine Viertelstunde laufen, am See lang. Aber das ist ja dann auch eher so ein Ausnutzen der Natur, weil ich habe gehört, vielleicht es ist gesund, wenn man joggen geht und so weiter. In der Natur ist es noch gesünder, deswegen mache ich das jetzt. Aber was empfiehlst du so diesen gestressten Unternehmern, Selbstständigen, Führungskräften vielleicht auch, die schon so einen vollen Tag haben, wie sie ihre Natur wieder oder wie die Natur wieder mehr integrieren können, auch in ihren Arbeitsalter? Ich muss sagen, ich fange da nicht mit der Natur an, weil das ist so, ich überlege immer, wie das bei mir früher war. Also was habe ich da gesehen? Und in der Welt, das ist eine Welt von, das sind Alpha-Männchen. Da willst du nicht mit Yoga oder Natur hören. Das widerstrebt allem, wonach du strebst. Und das war ja auch bei mir so. Darum habe ich lange reflektiert und guckt, wie habe ich denn den Weg gefunden, jetzt in so eine eher spirituelle Welt, auch in die Natur, in die Connection, um auch Energie zu fühlen und all das, wo ich früher gesagt hätte, was ist das denn für ein Scheiß? Geh mir weg, du Hippie. Und da muss ich bei mir ehrlich sagen, das war 100% Ego. Und bei mir war der Weg, du brauchst ja immer einen sanften Weg. Das heißt, aus diesem 100% Ego, deshalb hat mich die Wim Hof Methode abgeholt, weil das ist männlich. Da gehst du ins Eis, das ist krass. Das konnte ich auch mit meinem Ego, mit meinem Manager-Dasein vereinbaren. Da kannst du auch Montag wieder ins Büro kommen und sagen, wer ist der geile Typ, der im Eisfahrt war? Ganz genau, das bin ich. Und hätte ich jetzt gesagt, ich hatte das da und habe drei Stunden die Steinböcke geguckt und geheult, das hätte ich montags nicht im Büro erzählen können. Ja, klar. Und das ist das, wo ich jetzt auch mit den Managern schaue. Also wo ist denn ein Interesse da? Also ich hatte jetzt kein Interesse unbedingt zu frieren, aber ich war jetzt Eis nicht abgeneigt. Und das war sowas, wo du aus dir rauskommen kannst und auch mit dir mal connectest. Und darum finde ich die Wim Hof Workshops zum Beispiel super gut, weil du kannst aus so einer männlichen Ego-Energie, wer ist hier der geilste, kannst du auf einmal merken, wow, jetzt geht dir gerade hier der Panikknopf über den Kopf und du musst mit dir connecten, um wieder ins Reine zu kommen. Und wenn du das geschafft hast, wie in so einem Workshop, dann hast du ein Level, wo du sagen kannst, okay, das Gefühl, jetzt mal ganz ehrlich, war das Ego oder hast du da noch was mehr gespürt. Und dann hörst du mal ein bisschen in dich rein und dann kommt so Schritt für Schritt, wie man dann darauf aufbauen kann. Ja. Also du holst die Leute quasi mit diesen Ego-Prinzipien ein Stück weit ab, vielleicht auch so mehr Performance oder mal mutig sein, was Krasses zu machen. Und danach spüren sie aber, was sie eigentlich brauchen. Und das ist vielleicht die meditative Stimmung nach so einem Eisbad oder nach so einer längeren Atem-Session auch, wo du dann wieder tief mit deinen Gefühlen vielleicht connectest oder auch etwas hochkommst, was du vielleicht lange Zeit unterdrückt hast. Fühle ich das richtig? Ja, absolut. Also ich versuche wirklich dieses Feeling, dass du es erstmal spürst und was zu erleben. Dafür ist die Wim Hof Methode, finde ich, super dankbar, weil du hast Eis, das ist ein krasser Trigger und du hast die Atmung, die dich ja auch sehr schnell irgendwo hinbringt. Das heißt, da hast du was erlebt und dann kannst du darauf aufbauen und sagen wirklich, was sind die Gefühle, die du jetzt gefühlt hast? Hast du auch was gemerkt? Also fehlt dir was? Willst du irgendwo von mehr? Und das ist halt am Anfang nicht, dass du sagst, boah, ja, ich will jetzt die Seele erkunden und ich denke über Real-Inkarnation nach, sondern sagst du, ja, irgendwie war das geil, ich bin voll runtergefahren, bin ich sonst nicht. Also so schnell. Dann sagst du, ja, cool, dann beschleunigen wir doch mal dein Recovery, weil daran hat der Manager Interesse. Du willst mehr Leistung bringen und dich weniger ausruhen oder schneller in Ruhezustand kommen. Und dann fängst du halt mit so Sachen an und dann geht die Reise von ganz alleine, geht die Schritt für Schritt zu anderen Themen. Ja, megaschön. Du hast jetzt schon häufiger auch von Spiritualität gesprochen. Und Spiritualität ist ja auch ein sehr besetztes Thema tatsächlich überall auf der Welt, aber besonders so im deutschsprachigen Raum habe ich immer das Gefühl, man tut das immer schnell so in der Ecke schieben. Esoterik, Hippie hast du jetzt auch gerade gesagt. Du warst vorher auch so, hast du das auch so ein bisschen belächelt, das Ganze. Total. Also nicht ein bisschen. Ich wäre der Erste, der die Steine wirft. Okay. Und wann war so ein Punkt erreicht, wo du gemerkt hast, okay, da ist ein bisschen mehr noch als das, was ich jetzt in meinem Alltag, in meinem Business, in meinem Privatleben vielleicht auch erlebt habe? Ja, das war halt, wenn du dich mit dir selber beschäftigst. Also bei mir war es so. Als ich dann erkannt habe in mir drin, da ist mehr los als jetzt nur, ja, Rolf, das Ego. Das war so mein Einstiegspunkt eigentlich, wo ich dann das erste Mal darüber nachgedacht habe. Und dann kamen nachher halt mehr und mehr auch traurige Sachen halt. Ich habe mit meiner Frau mal Kinder verloren, wo man dann denkt, okay, ist das denn alles? Also du brauchst immer diesen Schock. Das ist ja meistens, es gibt so irgendein Trauma, was die Leute auf so eine Reise belegt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davon direkt ein Trauma hatte, aber es war ein Riesenschock. Also das war einfach das erste Mal, dass ich dachte so, oh fuck, jetzt läuft irgendwas nicht so, wie du es beeinflussen kannst und du kannst gar nichts machen. Und dann guckst du mal über den Tellerrand, weil du suchst ja Erklärungen. Und da war so spirituelle Erklärung. Zu dem Zeitpunkt hättest du mir damit jetzt, muss ich sagen, auch nicht kommen müssen, aber das kam dann so nachgelagert. Da kam so ein Baustein auf den anderen und auf einmal denkst du darüber nach, gibt es denn eine Seele? Was hat eine Seele für eine Aufgabe vielleicht? Und das war für mich total der schöne Gedanke, weil man dann alles, egal was passiert, kannst du da so einordnen und sagen, hey, es ist ja voll cool, das hat irgendeinen größeren Sinn, da gab es eine Aufgabe und du kannst da gucken, jede Seele will sich weiterentwickeln. Und das hat mir so eine innerliche Ruhe gegeben. Ich hatte jetzt nie Angst vorm Tod, aber seitdem ist für mich komplett, also wie egal, wenn ich jetzt heute gehen muss, überlege ich mir nur, war das jetzt ein gutes Leben bisher? Und ja, das war es. Von daher absolut im Reinen mit mir selber. Und das fand ich so schön, dass ich eben mehr und mehr mich auch mit so Themen beschäftigen will. Ja, ja. Und ich glaube, jeder, der auch mal Wim Hof zum Beispiel kennengelernt hat oder aus so einem Workshop war, der weiß ja da, auch viele Säulen fließen da ja zusammen sozusagen. Das vermischen sich viele Themen. Auf der einen Seite hast du diese Peak-Performance, höhere Produktivität, Energie, Männlichkeit, was wir schon jetzt besprochen haben. Aber auf der anderen Seite hast du auch so eher die weiblichen Prinzipien vielleicht, die Stille, das Empfangen, aber dann auch die Spiritualität. Also ich meine, wer Wim Hof mal kennengelernt hat, wir sprechen ja übrigens vom Iceman. Also falls ihr den noch nicht kennt, da habe ich auch schon sehr viele Folgen dazu aufgenommen mit verschiedenen Wim Hof-Instruktoren zum Beispiel. bringt so ein bisschen die Themen Kälte, Kältetraining, Mindset und Atmung zusammen. Und wer ihn mal kennengelernt hat, der weiß dann, kommt er mit seiner Gitarre und chantet dann irgendwelche Mantras. Und das war für mich halt auch so überraschend, ja, zu merken so, okay, da ist viel mehr Spiritualität drin, als ich jetzt eigentlich erwartet habe. Weil nach außen ist das so diese männlichen Prinzipien, dass man halt, wie gesagt, über seine Komfortzone herausgeht und dass man Dinge macht, wo andere vielleicht von Abstand nehmen. Aber dann, wenn du durch diesen, da kommen wir jetzt auch wieder zu dem Gipfel, wenn du durch diese Anstrengungen gehst, ja, dann wirst du dann auch die Gefühle dahinter erforschen können. Du wirst dann diesen Weitblick auch haben, wie du zum Beispiel, wenn du auf dem Gipfel stehst. Wie war so deine erste Erfahrung mit der Practice? Das würde mich mega interessieren und das höre sicherlich auch. Also meine erste Erfahrung war eben das, was überhaupt den Weg bereitet hat da rein. Da habe ich ein Video gesehen, da saß der Wim in so einer Eistonne und hat halt erzählt, dass der, wenn er im Eis ist, hast du Ruhe im Kopf und connectest mit dir selber. Und das war so, wo ich dachte, ja, Ruhe im Kopf habe ich noch nie gehabt. Ich habe ja immer irgendwas am Machen und mit mir selber connected habe ich eigentlich auch noch nie. Und dann bin ich halt im Januar hier in Thuner See gehupft und war da halt so zwölf Minuten, glaube ich, drin. Also war total erfroren danach, weil ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte. Aber ich hatte volle Ruhe im Kopf. Und das habe ich dann auch erst Stunden später, als ich nicht mehr gezittert habe, realisiert, was da eigentlich passiert ist. Und dann habe ich mich direkt für den zehn Wochen Videokurs angemeldet und mit dieser Atmung das gemacht. Das war so okay, weil es aber auch aus diesem Ego-Ding, du kannst halt super lang die Luft anhalten, kannst voll viele Liegestütze machen, alles toll. Aber was für mich dann wirklich geil war, war die Ausbildung bei Wim Hof selber zum Instruktor. Weil da war es das erste Mal, dass ich ja in einer Gruppe geatmet habe. Wir waren damals 24 Stück. Das waren die erste Gruppe der internationalen Instruktoren. Und das hat sich so tief weggebracht. Also da hatte ich wirklich, dass du die T-Rex-Arme und du bist einfach raus aus der Welt. Ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt. Das hat mich so angefixt, dass ich danach so neugierig auf Atemtherapien war und mich direkt in mehr als zehn Atemmethoden zertifiziert habe und immer mehr wissen wollte. Ja, das ist so super spannend. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin ja auch über die Atmung quasi zum ganzen Kältetraining und so gekommen damals. Und ich habe einfach mal gedacht, hey krass, diese Gefühle und diese Zustände, die ich versucht habe, früher durch Alkohol, Sex, Drogen und so weiter zu bekommen, diese Verbindung eigentlich, das ist ja das Hauptgefühl, was dahinter steckt, die habe ich durch diese Atmung bekommen. Ich habe auf einmal Bilder gesehen, ich konnte meine Gedanken komplett runterfahren und ausschalten. Und dann die Kombination noch mit der Kälte war für mich so, wow, okay, hier ist eine ganze Welt, von der ich überhaupt noch gar keine Ahnung hatte. Ich wusste gar nicht, was mein Körper überhaupt kann, was dieses System überhaupt für Möglichkeiten hat. Und mit jedem Biohacker, mit dem ich darüber spreche, ist es ähnlich. Man hat diesen Moment, wo du einfach merkst, so wow, alles das, was mir erzählt wurde über das hier, ja, das stimmt ja gar nicht oder stimmt nicht in diesem Maße, wie ich es gedacht habe. Ja, das fehlt was. Viel, viel mehr. Bitte? Es fehlt was. Es fehlt was, es fehlt was. Und ich hatte da ähnliche Erfahrungen auch wie du, wo ich das erste Mal länger im Eis oder im Züricher See, wo ich damals in der Schweiz saß, wirklich, das war im Dezember bei vier Grad Außentemperatur und Schnee. Und ich saß da drin und ich habe einfach nur, ich war total im Frieden. Und ich war mit meiner Atmung verbunden. Mich hat es auch nicht interessiert, ob da irgendwelche Leute Videos und Fotos gemacht haben. Ich war einfach bei mir. Und das war für mich ein sehr, sehr wichtiges Tool, weil ich ähnlich wie du wahrscheinlich sehr viel im Kopf immer war und sehr strukturiert auch. Wenn du zu viel Struktur hast, das ist ja auch nicht gut. Du musst ja eine gewisse Balance auch haben. Und das Eis und die Atmung dazu hat mir wirklich sehr, sehr geholfen dabei. Ja, aber ich denke, das, was du gerade sagst, also zu viel Struktur ist nicht gut. Also das, was wir machen jetzt mit dem Biohacking, da rede ich oft mit Leuten drüber, die haben das Gefühl, alles ist so durchgetaktet. Das ist jetzt auch, wenn du Tim Ferriss anguckst, Tony Robbins oder Ben Greenfield, da hast du das Gefühl, boah, das habe ich ja gar nicht die Zeit für. Und da muss man ja ehrlich sagen, so ist ja nicht das Leben. Also auch ich trinke mal ein Bier, ich nehme mir auch Freizeit. Ich lasse auch mal sagen, scheiß auf den Plan. Jetzt gehe ich mal hier mit einem Kollegen irgendwo im See schwimmen oder mache was anderes. Man darf da nicht so hart mit sich selber sein. Ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was man dann denkt. Es gibt sogar einen Begriff dafür in der Psychologie. Ich glaube, es ist psychologische Reaktanz heißt das. Ich weiß nicht, ob du mal was davon gehört hast. Und das ist dann, wenn wir eine gewisse Struktur bekommen, egal ob es von außen ist oder ob wir uns die selbst zum Beispiel durch einen Stundenplan einfach geben, dann kommt irgendwann vielleicht diese Emotion hoch, dass, oh, ich fühle mich eingeengt. Und dann machen wir zu. Dann bauen wir quasi eine Blockade auf und sagen, nein, ich möchte das nicht mehr und verfallen in alte Muster zurück. Ja, aber das muss man natürlich erst mal wahrnehmen. Ja, scheiß auf den Begriff. Ja, ist egal. Aber erst mal wahrnehmen, dass da wirklich, dass du dieses Gefühl hast, dass eine Struktur dich einengt und das auch mal genau hinterfragen. Okay, ist das jetzt wirklich so? Und ich glaube, wenn du dann darauf kommst, sagst, hey, warum habe ich diese Struktur oder warum habe ich diesen Plan denn jetzt gemacht? Ich habe mich selber dafür entschieden, weil ich etwas erreichen möchte, zum Beispiel mein Business oder körperlich oder in meinen Beziehungen was erreichen möchte. Und ich bin der Boss. Ich kann das jetzt machen, aber ich muss es auch nicht durchziehen. Und dann auch wieder so eine Freiheit, dir selber zurückzuschenken. Und ich glaube, das haben viele verlernt. Man denkt immer so, ja, alles oder nichts. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das richtig. Und wenn ich jetzt Biohacking mache, dann teste ich meinen ganzen Körper durch einmal und mache eine krasse Struktur. Abendroutine, Mittagroutine, Morgenroutine, zwischen den Routinen eine Routine. Und ja, das ist vielleicht am Anfang ganz geil, weil es sehr komplex ist und unser Gehirn liebt ja Komplexität so. Aber dadurch lässt sich auch leichter ablenken. Und dann kannst du eben nicht langfristig auch wirklich die Ziele erreichen, die sich vielleicht dahinter verbirgen. Und ich glaube, da ist ein sehr, sehr großer Pit vor sozusagen, dass man gewisse Strukturen aufbaut oder Routinen oder neue Gewohnheiten aufbaut und dann sich verurteilt, wenn man die mal nicht durchzieht. Ja, oder eben, ja, sie so sehr durchzieht, dass man nachher vielleicht ausbrennt daran sogar. Ja, gibt es ja auch. Also ich kenne auch Leute, die hatten schon Burnout von Persönlichkeitsentwicklung. Ja, oder überhaupt nicht anfängt. Also das, was mir unheimlich geholfen hat, ist wirklich immer dieses, der kleinste Schritt oder der erste Schritt. Ja. Also egal, was du jetzt siehst, wenn ich jetzt auf dem Plan habe, du musst jetzt joggen gehen und dann sagen, boah, jetzt wieder die, keine Ahnung, zehn Kilometer gehen oder die Stunde. Boah, das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Und dann jetzt selber zu sagen, komm Rolf, du kennst den ersten Schritt, gehst raus, da jogge ich nur hier bis zum Nachbarhaus. Und natürlich joggst du nicht nur bis zum Nachbarhaus. Aber du sagst ja im Nachbarhaus, ja komm, bis zum Ende der Straße. Und am Ende des Tages bist du dann doch die Stunde gelaufen. Und das ist halt das, was mir total hilft bei allem im Leben. Ja. Also ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Robbins, The Five Second Rule. Also die Fünf-Sekunden-Regel. Also ich liebe das ja. Das habe ich damals auch beim Eisbaden gemacht und bei allen Entscheidungen, wo mein Körper oder mein Unterbewusstsein erst mal sagt, oh nein, ich will das nicht. Ja, und dann so eine Resistance aufbaut. Und ich zähle dann wirklich runter so von fünf, vier, drei, zwei, eins. Bei eins visualisiere ich die Farbe rot. Ja, also die ja auch so mich ein bisschen ins Machen bringt. Vielleicht hast du da ja auch eine andere Farbe oder was anderen, einen anderen Trigger. Bei mir ist die Farbe rot. Und dann mache ich es einfach. Dann gehe ich einfach. Funktioniert auch super beim Aufstehen frühmorgens. Wenn der Wecker klingelt und häufig ist mir dann so, ah nee, ich will nicht aufstehen, aber ich wecke nochmal nach, aber ich wecke nochmal nach. Aber wenn du so runterzählst und sagst, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann musst du dich nur aufrichten und vielleicht so den ersten Schritt aus dem Bett raus machen, dann bist du eigentlich schon auf dem Weg. Und genau so ist das auch, wie du es jetzt gesagt hast. Geh einfach mal raus. Sag, hey, ich jogge jetzt mal bis zum Nachbarhaus. Und dann wirst du auch sehen, dass du dann drin bist. Und dann vielleicht auch wieder die Belohnung so setzt. Okay, ich jogge jetzt mal bis zum Nachbarhaus. Aber wenn ich es schaffe, zum Beispiel bis zum anderen Ende des Dorfes zu joggen, so, dann gibt es nachher irgendwie was Geiles zu essen oder eine Sauna oder ein Eisbad oder womit auch immer du dich belohnen möchtest. Und dann fängt das Ganze an, auch wieder mehr Spaß zu machen, mehr Freude zu geben. Also ich persönlich habe da gar keine gute Erfahrung, was diese Belohnung angeht, muss ich sagen. Weil die Leute, also unser Lebensstil ist meistens scheiße. Also womit belohnst du dich dann? Das ist dann auch ein Cocktail, das ist dann zwei Stunden Netflix und du musst zuerst lernen, womit kannst du dich belohnen? Also deine Beispiele, die waren jetzt ja alle Bombe, die werden alle förderlich. Aber wenn ich mit Leuten rede oder eben im Coaching bei mir habe und da Belohnung in den Wort nehme, dann sehen die alle diese fette Sahnetorte mit einem Bier vor sich stehen. Das stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ist gut, dass du das nochmal sagst. Es geht um gesunde Belohnungen, aber auch Belohnungen, die dir, sage ich mal, auf einem seelischen Level, sage ich mal, gut tun. Und damit meine ich jetzt nicht die Sahnetorte mit 100% Zucker drin, die tut dir vielleicht auf einem seelischen Level auch irgendwo gut. Ja, aber langfristig ist es natürlich für deinen Körper Gift. Aber ich belohne mich zum Beispiel häufig mit Sauna. Wenn ich jetzt keinen Bock habe zum Training, sage ich, okay, ich gehe jetzt ins Training und dann weiß ich schon danach, ah ja, und wenn ich dann alle Weights geliftet habe und alle Bewegungsübungen gemacht habe und so weiter, dann kann ich mich entspannen. Ja, in der Sauna mache vielleicht noch ein kleines Eisbad später und ja, deswegen. Aber ja, es ist natürlich wichtig, dass du das nochmal einbringst. Ja, ich glaube, das ist einfach das Ding, das haben wir jetzt ja auch mühsam gelernt, aber das ist halt ein Schritt, wo du erst sehen musst, okay, wie kann ich mich belohnen, dass es nachher Sinn macht. Ja, und oft ist es ja auch eine Belohnung, wenn du einfach dir selbst sagst, geil, dass du das geschafft hast. Ja. Ja, dir selbst die Anerkennung schenkst und vielleicht den Spiegel schaust und machst, machst du den hier. Hey, geil, dass du das heute wieder gebracht hast, ey. Obwohl du gesagt hast, dass du nur zum Nachbarhaus gehst, hast du trotzdem die ganze Runde gemacht. Hey, gib dir selber ein High Five sozusagen. Ja, unbedingt. Es darf ja auch einfach sein. Je einfacher, glaube ich, desto besser ist es. Also, weil jeder sucht ja nach irgendeiner Möglichkeit, sich gut zu fühlen. Und meistens haben wir immer das Gefühl, weil wir irgendwo im Social Media hängen und da siehst du nur Fake-Leben oder du vergleichst dich mit irgendwelchen Leuten, die gar nicht in deiner Peel-Group sind, weil Richard Branson ist, nun mal nicht du oder ich. Ja. Und das ist logischerweise ein anderes Leben. Also, du musst dir wieder erlauben, dich einfach gut zu fühlen auf deinem Niveau, was auch immer das für dich heißt. Und wenn das eben nach so einem Joggen ist und sagst, wow, ich habe es wieder mal geschafft und das ist jetzt der zehnte Tag in Folge, wo eigentlich weiß ich ja, dass ich ein fauler Sack bin, dann ist das das geilste Gefühl, was du haben kannst. Also, du kannst wieder sagen, hey, ich arbeite gerade echt an mir und ich komme vorwärts. Und dieses Vorwärtskommen, das ist ja auch beim Sport. Also, erst wenn du siehst, dass der Bizeps dann wächst, dann hast du die Belohnung, weil das sind Resultate. Und diese Resultate versuche ich den Leuten in allem zu bringen, wie auch beim Atmen. Wenn du jetzt zum Beispiel Minimumatmung nach Boiteko machst, da hast du nicht, wie bei Wim Hof ist das die Belohnung, du bist einfach im Space. Du hast dich da 30 Mal weggeatmet und bist auf einmal so, wow, ich habe was gespürt, das ist geil. Wenn du jetzt das andere machst, Boiteko, was halt viel gesünder ist für deinen langfristigen Alltag und den Leuten sagst, ja, jetzt atmen wir mal fünf Minuten so, als wenn wir zu wenig Luft haben, da hast du danach keine Belohnung, dass du sagst, boah, Hammer. Aber wenn du das jetzt mit einem Schritt-Experiment zum Beispiel verknüpfst, dass du siehst, hey, ich kann gerade ohne Luft, konnte ich jetzt 20 Schritte gehen, nächste Woche schon 25. Da hast du halt da die Erfolge, die du siehst und durch das Wissen, was dir vermittelt wird, weißt du ja auch, warum dieser Erfolg sehr viel wert ist. Und das ist das, wo ich immer nach Suche quasi, wie kannst du Wissen vermitteln, aber gleichzeitig eben auch eine Belohnung oder einen Fortschritt anzeigen. Du hast jetzt auch so das Thema Breathwork schon reingebracht. Ich glaube, es ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema für viele. Ich denke zwar, dass mit dem Begriff noch die wenigsten was anfangen können, vielleicht auch vielleicht ein Stück weit Ablehnung haben, weil das Wort Work drin steckt. Wie würdest du jetzt Breathwork definieren und warum denkst du, es ist so wichtig, auch im Alltag, um eine bessere Performance zu haben, vielleicht auch einen besseren Schlaf zu haben? Boah, also für mich war das der totale Game-Changer, muss ich sagen. Das hat halt mit Wim Hof angefangen, wo du halt schnell Erfolge hast und siehst, was du mit so deinem eigenen Atemrhythmus oder Atemstil erreichen kannst. Und dann war für mich eigentlich der Augenöffner oder das fehlende Puzzleteil war bei mir die Polyvagal-Theorie. Da geht es darum, dass wir schauen, wann sind wir in einem ruhigen Modus, also Rest-and-Digest-Modus und wenn dann mehr Stress hinzukommt, mehr Beregung, wann sind wir im Kampf- oder Flucht-Modus, im Fight-or-Flight. Und was macht der Körper da? Wenn man sich das anguckt, dann wird natürlich dein Herzschlag erhöht, also dein Puls geht hoch, deine Pupillen, die erweiten sich, dein Muskeltonus steigt, Adrenalin kommt raus. Aber das Einzige, was du willentlich davon beeinflussen kannst, ist die Atmung. Und du atmest halt schneller. Und wenn du halt runtergehen willst, wie wenn du auch in ein Eisbad gehst, atmest du auf einmal langsamer und versuchst dich zu beruhigen, indem du deinem Nervensystem sagst, hey, ist zwar Panik, weil wir sitzen im Eis, aber guck doch mal, wie ich atme, Kollege. Und dein Körper guckt auf dich selber, auf deine Atmung und sagt, oh ja, ist ja gar nicht so schlimm und gibt dir auf einmal ein realistisches Bild von deiner Umgebung. Und das war für mich das totale Verständnis zu sagen, hey, klar, alles triggert uns irgendwo auf dieser Stressskala und triggert halt unseren Vagusnerv, der mit allen Organen verbunden ist. Und wenn die Atmung das Einzige ist, was ich jetzt gut nutzen kann, da reinzukommen, also damals dachte ich noch, die Atmung wäre jetzt das Einzige, was du machen kannst, aber dann nutze ich die doch. Und dann habe ich angefangen, rumzuprobieren mit Atmung, mit viel Atmen, mit wenig Atmen, mit gemixt, was auch immer, mit gar nicht Atmen, mit, ich habe hier hinter mir meine hyperbare Sauerstoffkammer. Also mit allem habe ich rumexperimentiert und das war Wahnsinn. Also wie du dann durch die States bei dir selber gleiten kannst, wie du neue Sachen, neue Erfahrungen hast, wie du körperlich fitter wirst, geistig fitter, besser schlafen kannst, besser Sport machen kannst. Das ist einfach für alles in deinem Leben gut. Ja, es ist so ein kraftvolles Tool. Und ich glaube, es braucht auch noch mehr Menschen, die einfach da rausgehen auch und sagen, okay, Atmung ist ein weitaus größeres Thema, als wir glauben. Ich sehe es jetzt gerade in meiner Community, wahrscheinlich auch in deiner Community, dass viele jetzt so infiziert auch werden von Wim Hof und so weiter, ähnlich wie wir es ja auch waren, was auch gut ist, um in das ganze Thema reinzukommen. Aber ich glaube, man muss dann sehr, sehr schnell sich auch ein gewisses Set aneignen von verschiedenen Tools, was Breathwork anbetrifft. Du hast jetzt eben schon mal gesagt, Bruteco, dann gibt es eine Oxygen Advantage. Dann gibt es so viele Leute, die da verschiedene Perspektiven auch haben. Und ich glaube, das Ziel ist halt einfach auch, die Atemmuster besser zu verstehen und sie dann bewusst zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch für alle Unternehmer, die hier jetzt, für alle Leute, die geschresst sind eigentlich, geht ja nicht nur um Unternehmer, selbstständige Mütter, keine Ahnung was, Väter, seinen Atem wieder mehr zu kontrollieren und vielleicht auch besser zu verstehen und in den Alltag auch so einzubauen, dass du in gewissen Situationen vielleicht einfach mal wieder den simplen Ansatz hast und sagst, okay, ich verlangsame jetzt mal meine Atmung. Und was ich aber sehe, ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass viele jetzt mit Wim Hof anfangen und dann sagen, okay, ich mache jetzt zwei, dreimal am Tag Wim Hof. Und sind wir in dieser Hyperventilation quasi auch drin. Und ich glaube, dass nur alleine das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Nee, gar nicht. Ich muss sagen, also mich hat das vier Jahre gekostet. Ich habe mich eigentlich damit auseinandergesetzt und dann bin wie jeder Art und Methode hinterhergerannt. Weil am Anfang war es halt Wim Hof, was war so geil. Dann habe ich was Neues gefunden, das war so geil. Dann war ich transformatives Atmen, das war so geil. Und ich habe überall mal ein Zertifikat gemacht, weil ich dachte, das ist ja der Wahnsinn. Aber im Endeffekt habe ich für mich erkannt, es gibt eigentlich eine Quelle. Das ist die Natur und unser Körper. Also wie funktioniert dein Atmen überhaupt und was passiert dann eben bodyschemisch und auch bodyschemisch in unserem Körper? Und das ist für mich jetzt Biohacking. Zu verstehen, was da passiert und die Quelle zu suchen. Und das ist halt ganz einfach. Wenn wir die Lunge füllen, dann haben wir was Mechanisches. Wenn wir mit unserem pH-Wert spielen, also mit dem Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxid-Gehalt, dann haben wir was Chemisches. Und das sind so die zwei wichtigsten Sachen, wo ich gesagt habe, okay, wenn du die verstehen kannst, dann kannst du auch ableiten, was das in deinem Körper antriggert. Und da gibt es dann für mich zwei Extreme. Das eine ist die Wim Hof-Atmung, die ist halt hier Maximum-Atmung. Und das andere ist Boiteko-Atmung, die Minimum-Atmung. Das sind zwei komplett unterschiedliche Richtungen, die aber von derselben Quelle eben herkommen. Und alles, was ich dazwischen gelernt habe, die habe ich alle weggelassen. Also ich bringe den Leuten jetzt entweder Wim Hof bei oder Richtung Boiteko und erkläre aber auch, was dabei passiert. Weil im idealen Fall kommt dann ein Boiteko-Kunde auch mal in den Wim Hof-Workshop oder ein Wim Hof-Kunde mal in den Boiteko-Workshop und hat dann so viel Wissen erlangt, dass der genau versteht, was macht denn jetzt diese Atmung mit mir. Und dann brauchst du keine XY-Atmung mehr, die irgendwas verspricht, sondern du weißt genau, okay, ich muss das machen, vielleicht ein bisschen länger oder ich muss das machen, vielleicht ein bisschen weniger. Und dann findest du dich sofort wieder zurecht. Was hältst du jetzt von so transformativen Atemübungen? Also wirklich so dieses, wo ich damals Breathwork kennengelernt habe, die erste Atemarbeit, die ich eigentlich gemacht habe, war glaube ich so vor sechs oder sieben Jahren. Das war ein verbundenes Atmen nach Rüdiger Dahlke, also Conscious Connected Breathing. Und das ist ja wirklich so, also wirklich sehr, sehr extrem über eine Stunde. Und du kommst dann irgendwann total irgendwie ins Universe rausgeschossen. Was hältst du von solchen Praktiken? Haben die auch ihre Berechtigung? Haben die auch ihren Platz oder ist das für dich eher zu viel auch? Nee, absolut. Also ich glaube, du musst bereit sein dafür, also dass du das machst. Und wenn du dafür offen bist und auch dich auf diese Erfahrung einlassen kannst, dann haben die absolut ihren Platz, weil du kannst damit, kannst du eben Traumas lösen. Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wo ich hier in der Schweiz, da hatte ich einen Kollegen aus Holland da, da haben wir ein transformatives Atmen angeboten. Und da habe ich kaum Teilnehmer gekriegt. Ich musste wirklich erklären, was ist denn das? Was passiert da? Wenn ich dasselbe in Portugal anbiete, dann ist das in zwei Tagen ausverkauft, obwohl ich in Portugal ja nur online bei Facebook mal geschrieben habe, hey, hier ist das. Und selber preist sogar. Das ist alles verrückt. Und jetzt hatte ich in dem Kurs, waren nachher 15 Leute. Und wir haben das halt gemacht. Ich habe vorher einen Wim Hof-Kurs gemacht und habe denen gesagt, komm, ihr könnt dann bleiben. Und dann sind halt noch ein paar andere dazugekommen. Und keiner von denen kannte transformatives Atmen. Aber alle sind irgendwie mal geblieben. Manche waren so aus dem Yoga. Die waren neugierig, wollten mal was Neues kennenlernen, weil die gehört haben. Breathwork ist gerade am Kommen. Viel auch in deinem Podcast. Und im Endeffekt ist es immer dasselbe. Wenn du so eine Session machst, du baust halt so eine Gruppenenergie auf. Und dann merkst du, du siehst ja als Facilitator, siehst du, wie es den Leuten geht. Also jeder atmet anders. Der eine will was erzwingen. Der andere will was zurückhalten. Der andere will nicht schreien, obwohl er es eigentlich braucht. Und das sind ganz verrückte Sachen, die man vorher keinem erklären kann. Und wenn du dann mit dem ersten Mal gearbeitet hast und der sich dann öffnet, dann poppt eigentlich die ganze Gruppe. Und in dieser einen Session war es jetzt so, da waren wirklich die 15 Leute, die waren ja alle am Heulen wie Babys und kamen nachher an mit unendlichen Umarmungen. Trotz Corona, das ist das Schönste in ihrem Leben. Und jetzt fragen die andauernd, wann gibt es das wieder? Aber diesen Schritt zu machen, dass du so weit bist, da musst du vorher irgendwas anderes kennengelernt haben. Also ob das Wim Hof ist oder irgendwas, was dich mal leichter ranbringt, um dich überhaupt neugierig zu machen. Ja, finde ich sehr schön erklärt auch. Ich glaube, es hat alles seine Berechtigung auch. Man muss natürlich aber auch schauen, okay, ist es jetzt für mich gerade an der Zeit und habe ich überhaupt auch so die körperliche Verfassung vielleicht auch? Oder sollte ich mich erstmal mit eher leichten Atemübungen langsam rantasten? Und da haben wir auch wieder so dieses Konzept von einem Schritt nach dem anderen. Erstmal kleinere Schritte vielleicht machen und einfach mal gucken, okay, atme ich überhaupt richtig? Oder bin ich eher jetzt in einer oberflächlichen Atmung drin? Oder schaffe ich es auch wirklich schon, meinen Atem bewusst wahrzunehmen? Und damit kann man dann, glaube ich, auch sehr, sehr gut ansetzen. Ja, super spannend. Lass uns noch vielleicht zum Abschluss auch so dieses Thema geben, was ja eigentlich auch das Biohacking ausmacht. Wir haben ja die Biologie und die Wissenschaft. Und du bist ja, glaube ich, auch jemand, du testest auch sehr viel, habe ich ja gesehen, mit der Sauerstoffkammer und so weiter. Was würdest du Leuten, die jetzt mit Biohacking anfangen, so für Analyse-Techniken auch mitgeben am Anfang, ohne jetzt zu komplex zu werden vielleicht? Also ich denke, wenn man damit anfängt, braucht man erstmal ein grundsätzliches Verständnis, was will ich denn machen? Wieder dieses Ziel-Ding, was wir haben. Weil ohne Ziel bringt dir alles nichts. Und sagen wir mal ehrlich, die meisten von uns, die wollen gesünder werden. Und für die allermeisten heißt das, ich muss körperlich ein bisschen was machen und ich will vielleicht geistig ein bisschen mehr Performance haben, nicht so Burnout sein, nicht so gestresst sein. Und das sind für mich so die zwei Ebenen, mit denen ich eigentlich spiele. Und damit du jetzt aber gucken kannst, was hast du denn da für Fortschritte, fange ich immer mit dem Körperlichen an. Da sage ich, okay, jeder war mal im Fitnessstudio, jeder hat mal eine Diät gemacht, hast du irgendwann abgebrochen, warum? Jetzt brauchen wir erstmal einen Messwert. Das heißt, wir gucken mal, wo stehst du heute? Und dann kannst du dich ja körperlich vermessen, am besten mal mit so einer, also ich hatte letztens hier InBody, die mag ich gerne, kann ich mal zeigen. Da kriegst du so eine Analyse, da steht dann eben dein Körperfettanteil, deine Wasserverteilung, wie viel Fett hast du, was unter der Haut ist und wie viel viszerales Fett hast du quasi, was auch an Organen und sowas klebt, was halt dann nicht so gut wäre. Da hast du mal einen Ausgangswert, dass du siehst, wo geht es denn jetzt meinem Körper gerade? Und das schreibst du dann in irgendeine Tabelle oder hast einfach so ein Blatt. Und das Gleiche kannst du ja auch geistig machen. Also mal gucken, wo ist jetzt mein Nervensystem? Ich mache dann immer eine HIV-Analyse mit meinen Kunden, dass man mal schaut, wie reagierst du da? Hast du ein ausgeglichenes Nervensystem? Kann das schön pendeln zwischen Stress und nicht? Oder läuft das wie bei vielen einfach so ganz flach beieinander? Und das sind so die Basiswerte, wo ich sage, die bräuchten wir mal. Und dann mache ich gerne noch so einen Bluttest. Jetzt ist hier in der Schweiz das Problem, das machen halt viele Ärzte nicht. Die sagen, wenn du gesund bist, brauchen wir keinen Bluttest. Da arbeite ich jetzt hier mit Likens zusammen und da hast du einfach so einen Bluttest, wo du in den Finger pickst, machst du ein Röhrchen, schickst du weg. Und da hast du mal wenigstens so ein paar Messwerte. Das ist Testosteron, B12, D3, wo halt die meisten irgendwie Probleme mit haben. Und das schreibst du dann eben auch drauf und das ist jetzt unser Fundament. Und dann kommt es auf deine Ziele an, wo wir jetzt weitergehen wollen. Also wenn es jetzt was Körperliches ist, dann muss man gucken, was kannst du eben da machen, wie kannst du abnehmen, wie kannst du Muskeln aufbauen, was auch immer. Und meistens sind es jetzt bei mir, weil ich halt viel mit Büroleuten arbeite, sind es eher Themen auf das Nervensystem bezogen. Das heißt, wir wollen mehr Resilienz haben, mehr Widerstandsfähigkeit. Wir wollen einfach mal wieder uns nicht erschöpft fühlen, einfach mal wieder besser schlafen. Und das kann man halt schön mit den HFV-Sachen machen und dann Atemtechniken und sowas. Und da hole ich mir dann diese Erfolge, wie jetzt mit den Schritten, was ich eben erzählt habe, dass du sagst, hey, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, aber guck mal, wir haben schon wieder zehn Schritte mehr. Das ist doch geil. Und jetzt machen wir wieder eine HFV-Messung und sehen, ah, das sind nicht nur die Schritte, dein ganzes Nervensystem ist auf einmal viel flexibler geworden. Und so versuche ich dann halt Schritt für Schritt darauf aufzubauen, aber von irgendeinem Nenner, den ich von den Leuten erst gefunden habe. Ja, okay, sehr, sehr spannend. Also die HRV-Analyse, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, was das genau ist auch. Ja, super gerne. Also die HRV-Analyse ist, Entschuldigung, hier war gerade vorm Fenster jemand. Mein Nachbar braucht irgendwas. In der HRV-Analyse geht es darum, dass die Herzratenvariabilität und da geht es darum, unser Herz schlägt halt nicht immer gleich schnell, sondern es schlägt, wenn wir jetzt eben im Stressmodus sind, dann schlägt es auf einmal schneller und wenn wir uns beruhigen, schlägt es langsamer. Auch beim Einatmen schlägt es schneller und beim Ausatmen langsamer. Und die HRV-Analyse misst genau diesen Wert dazwischen. Das heißt, das schaut, wie schnell kann dein Herz sich anpassen. Von einer ruhigen Phase auf eine Stressphase und von einer Stressphase wieder runter auf eine ruhige Phase. Und je höher dieser Wert ist und je flexibler eben dein Nervensystem ist, desto gesünder ist es, weil dann ist dein Parasympathikus, das ist so die Bremse in unserem Körper, die ist in der Lage, sich immer wieder runterzuholen. Und dann funktioniert halt deine Verdauung, dann funktioniert das, was repariert wird in deinem Körper, die ganze Reinigung von deinem Körper, das Detox. Solange du im Stress bist und dein Körper ja eigentlich nur Muskeln und alle Ressourcen nutzen will, um vom Löwen wegzurennen, da wird eben Verdauung runtergeregelt, da wird nicht aufgeräumt, da wird einfach nur gekämpft. Und in dem Zustand sind halt die meisten Leute heute. Und wenn man da verbleibt, verlernt der Körper wieder runterzuregulieren. Okay. Ja, super spannendes Thema auf jeden Fall. Und ja, ist auch geil, dass du da die Leute begleitest. Ich glaube, es ist ganz wichtig auch, dass wir aus diesem Hamsterrad des Stresses einfach rauskommen, weil ich merke das so oft, es gibt so viele geile Projekte daraus. Ich merke es ja auch bei meinen Kunden. Und wenn man dann eben nicht darauf achtet, eben mit seinem Körper zu arbeiten, mit seiner Atmung zu arbeiten, gucken, dass man gut schläft, dass man fit ist, dass man sich bewegt, dass man viel in die Natur geht, ja, vielleicht sich auch mal diesen unangenehmen Situationen aussetzt, ja, im Training oder Kältetraining und so weiter, dann kann es eben schnell sein, dass man gegen die Wand läuft. Also das ist ja dann als Burnout bekannt heutzutage. Und ich glaube, ich will nicht die dunkle Ziffer wissen, wie viele geile Projekte da draußen einfach im Keim ersticken, weil Menschen nicht auf sich achten und nicht auf ihren Körper achten. Als Beispiel Burnout, weil du es gerade sagst, da sage ich immer, also wann passiert das? Weil Burnout, da sind wir ausgebrannt. Das ist jetzt, wenn man die Polyvagal-Theorie anguckt, dann gibt es eben nicht nur diesen Ruhezustand und den Kampf oder Flucht, sondern es gibt noch was darüber, das ist der Freeze, wenn wir komplett eingefroren sind. Und wenn man jetzt mal schaut, so ein Hase, der rennt vom Wolf weg, das heißt, der ist im Stressmodus und jetzt ist er irgendwann in der Ecke oder in der Höhle und der kann nicht mehr von dem Wolf abhauen. Und dann ist er am Ende seiner Ressourcen, der weiß nicht mehr, was er machen kann. Und dann kommt er in den Freeze und stellt sich tot. Und das ist was, was heute in unserem Office-Leben total oft passiert, weil wir können nicht mehr mit Muskelkraft wie der Hase einfach wegrennen und reagieren. Der Chef kommt rein und sagt, ach Robin, halt doch mal kurz den Vortrag von den 2000 Leuten, erklär mal die Strategie 2025. Und dann stehst du da. Und dieses passiert dir nur, wenn du keine Ressourcen mehr hast. Und da sehe ich das Biohacking. Du lernst dazu, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Du dachtest, du hast keine Ressourcen im Eis zu überleben. Auf einmal sitzt du zwei Minuten und findest geil. Du dachtest, du kannst nicht richtig atmen. Auf einmal kannst du ohne Atmen 60 Schritte gehen und findest geil. Und du dachtest, du kannst keine Muskeln aufbauen. All diese Sachen bauen dir Ressourcen auf. Und das heißt, du kommst gar nicht mehr in den Zustand, wo du dich irgendwo ausgebrannt fühlst, weil du immer genug Ressourcen hast und immer was Neues lernen kannst und siehst, ah, da ist ein Loch, das kann ich schnell wieder stoppen. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung auf jeden Fall nochmal, Rolf. Und zum Abschluss würde ich mich noch interessieren für ein paar andere Sachen. Und zwar kannst du einfach mal so ein paar kurze Antworten vielleicht mit uns teilen. Und zwar, was sind denn so zwei Biohacks, die vielleicht einen minimalen Ansatz haben, aber die du wirklich jeden Tag machst? Also sicher mal, also nahe Infrarot, Fotobiomodulation, das nutze ich wirklich jeden Tag. Also man hat es ja gesehen, ich bin jetzt zweimal aufgestanden, hoch und runter. Hier unter meinem Schreibtisch hängen die und da wird jeden Morgen mal die Beine und alles andere besandt. Das hilft mir unheimlich, einfach so Energie zu tanken. Und das Zweite ist bei mir die Atmung. Also wenn du zwei Sachen wissen willst, ich mache bestimmt locker fünf Atemtechniken, die ich jeden Tag anwende. Ich mache jetzt nicht jeden Tag die wie im Hoffatmung, aber ich nutze nach so einem Gespräch zum Beispiel, mache ich eine bewusste Atmung, wo ich mich wieder mit CO2 auflade. Also Minimumatmung, damit eben CO2 weitet ja die Blutgefäße, damit ich nicht in so einem Stressmodus bleibe, mein Herzschlag sich wieder beruhigen kann. Und das mache ich halt unheimlich oft. Und weil ich einen Bürojob habe, vielleicht als drittes, mache ich noch diese Biokinematikübungen, die mir jemand gezeigt hat. Einfach die gegen den Rücken sind, also für den Rücken. Machst einfach ein paar Fußübungen wie Zehen robben. Und das mache ich dann, während ich hier am Schreibtisch stehe, in der Telco, robbe ich nach links und rechts ein bisschen. Und du hast halt nie mehr Rückenschmerzen. Das sind so Hacks, die mir unheimlich helfen und die ich auch ganz einfach in den Alltag einbauen kann. Gibt es jetzt irgend so einen speziellen, vielleicht auch ein bisschen Advanced-Biohack, den vielleicht auch nicht alle kennen, den du regelmäßig anwendest? Boah, das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube, also ganz fancy ist da nichts. Also ich mache halt verschiedene Atemtechniken wirklich in der hyperbaren Sauerstoffkammer. Das ist sicher mal ein Hack, aber das kann eben auch nicht jeder machen, wenn du nicht so eine Kamera zur Verfügung hast. Aber da arbeite ich unheimlich viel und teilweise auch mit verschiedenen Gasen. Also wenn du eben mit CO2 ein bisschen experimentierst, mit Lachgas ein bisschen experimentierst, jetzt mit, wer ist es, also Wasser, Hydrogen im Wasserstoff oder so, wenn ich das trinke, da mache ich halt viel mit. Aber richtig Advanced, dass ich sage, das ist jetzt raus aus der Welt oder super kompliziert, habe ich jetzt nichts. Ich glaube, das ist schon ziemlich aus der Welt, was ich glaube für mich jetzt nicht. Aber ich glaube für viele, die ja zuhören und dann denken, okay, Lachgase. Ja, aber nee, spannend auf jeden Fall. Ja, sehr spannend, was du machst. Ich bin großer Fan deiner Arbeit, mein Lieber. Und ja, lass uns weiter so intensiv in Kontakt sein, wie wir es bereits jetzt sind. Und ja, erzähl gerne nochmal den Leuten so, wo sie dich am besten erreichen können auch und ja, wo sie mit dir connecten können vielleicht auch. Ja, super gerne. Also wer das mag, was ich so erzähle und Naturbilder sehen will, der findet das bei Instagram unter PeakWolf natürlich. Mein Podcast, den gibt es auch auf allen Podcast-Stationen, auch unter PeakWolf. Und bei YouTube und der PeakWolf-Kanal, wo ich die Podcasts manchmal, also wie die Biokinematik-Übungen, da geht es um Bewegung oder Strahlung im Büro, also ganze Elektrosmog-Thema. Überall, wo es sich lohnt, mache ich da eben auch ein paar Videos und lade die jetzt nach und nach auf dem YouTube-Kanal hoch, der ist aber recht neu. Also das sind so die Kanäle. Und sonst PeakWolf.ch, da findet man meine Workshops und ja, Experimente und Blog. Sehr schön. Und Rolf hat mir auch vor dem Interview nochmal gesagt, dass auch noch einen 30-Franken-Gutschein oder so, glaube ich, hier an die 30 Franken waren es oder 30? Ja, 40 sogar. Ah, 40 sogar, okay, wow. Also ich würde den Hörern von dir gerne anbieten, also wer mal Lust auf so einen Wim Hof Workshop hat und das nicht kennt, das sind einfach die, die ich am regelmäßigsten einplane. Der kann da gerne mal mit einem 40-Franken-Rabatt-Code einfach dann PeakWolf über dich kommen und das bei mir buchen. Das geht allerdings nicht über die Plattform, da müsst ihr mich dann kurz anschreiben. Die Kontaktdaten findet ihr ja überall eben auf dem Web, auf Instagram, wo auch immer. Okay, sonst kann man einfach so Natural Biohacking als Codewort dir eine E-Mail schreiben oder bei Instagram und dann weißt du Bescheid. Cool, vielen Dank für das Offer, mein Lieber. Ich hoffe, dass ich dann auch bald mal zu dir komme und mit dir ins Eis springen kann. Vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr. Man wird mich mega freuen. Und ja, das letzte Wort gehört immer meinem Interviewgast. Also wenn du da jetzt noch was raushauen möchtest an die Community, einen Spruch oder ein Wort oder irgendwas, dann ist das deinem Leben. Oh, perfekt. Also erstmal möchte ich mich auch bedanken. Ich finde eben deine Arbeit auch super cool. Deshalb verfolge ich die so gerne und freue mich auch heute hier zu sein und finde die Art, wie das rüberkommt, irgendwie dieses Motivierende und die Leute mitnehmen ist absolut perfekt. Das ist genau wie mir das gefällt. Von daher weiter so. Und mein Schlusswert wäre das, womit wir eigentlich angefangen haben. Also wirklich dieses, wenn man mal drüber nachdenkt, sich Zeit für sich selber zu nehmen, dass man jeder sich die Zeit nimmt, seine Ziele erstmal wirklich bewusst zu sein, die aufschreibt. Weil dann kann man erst mit Struktur, mit Biohacks, mit allem anfangen. Vorher macht es einfach keinen Sinn. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Und liebe Grüße jetzt an den Thunersee und bis bald. Ja, dank dir, Robin. Bis bald. Ciao. Ja, das war das Interview mit Rolf Duda, Peak Performer, Biohacker und Unternehmer. Und in diesem Interview hat er diese drei Bereiche wirklich sehr, sehr schön zusammengebracht. Ob es jetzt über die Atmung ist, über das Verständnis seiner eigenen Werte, seiner Körperwerte auch, bis hin zu gezielten Hacks auch. Wie man in dem Alltag als Unternehmer einfach stressfreier wird, aber trotzdem eine tolle Performance auch bereithält. Und wenn du jetzt mehr erfahren willst vom lieben Rolf, dann am besten über sein Instagram. Dort findest du ihn unter peakwolf, peak mit P-E-A-K und Wolf mit W-O-L-F oder unter peakwolf.ch. Und wenn du ihm schreibst bei Instagram oder per Mail, dass du Hörer des Natural Biohacking Podcasts bist, dann bekommst du natürlich auch 40 Franken Rabatt. Wie viel das in Euro ist, weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwas bei 32 oder so. Für seinen Wim Hof Workshop, den er in der Schweiz gibt, manchmal auch in Portugal. Und schreib ihm einfach gern. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen, dieser tollen Hacks vom Rolf. Und liebe Grüße bis zur nächsten Folge. Aho.